Optimiere deine Ernährung. Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen immer mehr Menschen ihre Ernährungsweise überdenken. Welche Ernährung verbessert meine Lebensqualität? Wie wirken sich meine Entscheidungen auf die Umwelt aus? Eine pflanzenbasierte Ernährung kann sich sehr positiv auf deine seelische und körperliche Gesundheit auswirken und ist außerdem umweltschonender. Vollgetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst und Gemüse sind hier die hauptsächlichen Kalorienlieferanten. Naturbelassen und wenig verarbeitet sind diese Nahrungsmittel reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Hülsenfrüchte und Nüsse sind ausgezeichnete pflanzliche Eiweißlieferanten. Eier und Milch sollten höchstens in geringen Mengen verzehrt werden. Genieße die Farb- und Geschmacksvielfalt pflanzlicher Nahrungsmittel. Du kannst heute damit beginnen.